aber du machst ja nie mit der Verhältnis der Arme ab morgen warum ab heute nicht weil es immer noch drei drei Stunden lang was ich jetzt habe acht Stunden und jetzt immer noch drei so und den jeden Film im Team wir sind wieder zusammen oder ich will mal mit Heiko zusammenspieler mit jemand anderen sich mit ihr und du bist so langweilig ich bin von Konzern mit mir dann Ficken alles es gibt so zu lachen er wird auch wollen ab es mit ihm die wollen ja nie mitmachen da ist kaufmann der ist aus und Bitte! Oder jetzt komm! Ah nein! Danny! Hm? Du hast doch die Schottgang, oder? Oh oh! Die hat mit der Barrette auf mich geschossen! Oh Janis! Das selbst fühlt sich als voll da nicht an die Mini-Kamera! Dann ist Will glaubt, nee, die war für mich, oder? Bombe Herrlein! Ach scheiße! Als ob du mich so bekommst! Also so! Ey, wie schnell bist du bitte? Lol! Nö? Ey, jetzt ist aber was los! Bitte wieder im WC, oder was? Ja! Wie ich den gesehen hab! Irgendwann sollte mal die Gangs fahren nach Berlin einmal verlegt werden! Warum denn? Dass ich so weit fahren muss! Das ist doch nicht schlimm! Ja! Einmal im Jahr von Berlin, von Berlin nach Köln fährt man sich... 400 km... ähm... 500 km... 300 km... Hilfe! Hilfe! Wei-Fahr! Wir fahren 4,5 Stunden! Hilfe! Also, existiert von uns aus Fertmann nach Völl 3 Stunden! Loll bei Niederlande wie schnell bist du bitte nicht hochgegangen ist so eine Scheiße ne Juli war ich am felsen der Zeit auf der Branche kommt ein paar aus Hinten bei B-Wegesnackt aber der hat Runner Klasse drin allein wie konnte ich den übersehen denn ihm von mir wissen wir fahren viereinhalb Stunden nach Köln nein länger ich glaube ich war sechs Stunden ich fahr vom Braunschweig in der Stelle in Köln gewesen wir waren dieses Jahr in Köln wir haben viereinhalb Stunden gebaut wer ist MioW du MioW hat mir in FA wenn du mit ihm nicht gespielt hast kann Hacker sein ja ich guck wo wir noch die Freunde haben was oh mein Gott der kommt nachher in Masse hat ein Mädchen Profil wird drin und hat ein Spiel ein B-Jone da kann ich auch nicht Loll denn noch was ist ein Null was los mit uns jetzt hier anmachen das ist ja auf jeden Fall ein 4 0 ja in 4 0 ist sich nun zu tun so und hat ihn geblockt und sehr gut vielleicht war ich das ja Loll kommt er durch? Gabestoppel? der war hinten noch an der Wand am Spielplatz geile ist, hier ist die Brumme wo? hierbei, äh, wo Dings gestorben ist, Gabestopp noch Gottes Willen ich bin grad schnell weggeratscht Alter, sag mal, kannst du mich gar nicht verarschen hast du den gesehen? ich hab dich nicht verklickst ich hab dich nicht verarschen ich hab dich nicht verarschen Danny, bewegen ja warte, Tür hin was? Alter Alter ich hab da oben geflasht gerade wie ich hab vorbeigehoffen wir haben wieder Bomben ja wie du einfach kommst oh leul äh wenn's ein 12-0 wird Alter, das wär das erste 12-0 überhaupt nein, das wird kein 12-0 wir haben die Maube es wird kein 12-0 weh, du verkackst das haha haha Vorräte sind unterwegs die Bombe wurde abattiert oh gosh nein wenigstens kann ich noch meine Vorräte holen hä, warte, Juli ist noch nicht down, oder? noch gar niemand down außer uns Danny? ja wir werden grad geblättet werden es ist es tut ja weh und guck mal, der ist noch nicht gestorben der hat jetzt Danny? komm ich hab dir direkt noch geknägt am Ende haha was ist das? das hat man gehört, Linus was? machst du nix? hat das scheiß Geschütz oh man er ist euch gemacht? ich hab gemessert hast du das gesehen? du bist bei mir weggegangen verschwunden ja, zu dir hingesprungen kommando pro jaaaa ich hab dich nicht ich hab grad auf die Karte geknägt du kannst, du kannst, du kannst der geht an unser Spawn na, was? wo, wo, wo? der geht an unser Spawn also, er ist da hingerannt er ist da platziert selber Tunnel ich guck, wie weit MW2 ist dann ja ich hab dich 5 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 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 6 es sind die geilsten wir sind die geistung über auch noch so was aber kommt es sich mit dem Rucksack diese Probe mit dem Bord über den Rucksack Prozent weil der Pferd auf was zu essen da jetzt werden sie weggeflickt Prozent der Niederländer so was vor der Zaubeck in der Nähe ich will scheiß Lachen weil er noch einmal wird auch nicht veröffentlicht nein gar nicht Lila lacht es noch mein Arsch ab die nun nun ja alter fick dich doch geht ich war klar aber jetzt geht's los nicht sauber hast du auch schon gesehen auch noch durch das sagen er ist ja julie habe ich noch nicht gesehen das gewesen dann auch scheiße wo ist der in dem haus gegenüber ich habe erst gedacht du bist dann war ich mir sicher dann war es plötzlich nicht mehr ich bin paranoid aber dafür zu schießen oder weil ich kann nicht da vorbeischießen die fliegen in der Luft deshalb habe ich auch einen Tod ich habe kein einziges mal gehittet ne alter ok das Ziel verteidigen ja das gewinnen wir noch komm schon ja für immer hm 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 das ist eine CT Map also oh lol alter der ist schon ah nein nein haiku ist scheiße wo war der haiku ist außen wo war der haiku ist außen aufschlitz sattung wir haben die wir haben die maps schon fast zu oft gespielt oder bin ich im skydruck mhm hm ein bisschen wenn ich hier oh mein denn hat der pilf weiter der hat auch eine 200k light haiku du hast du hast ne bessere verbindung als der ich will nichts hören ahh au gleiche juli ich könnte dich jetzt wässern Alter, wie kommt der das so schnell hin? Der wandte ja vor. Ach, der war schon so weit. Scheiße, Mann. So weit doch jetzt. Und ich dachte, der war auf der anderen Seite. Egal. Denny, 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 Denny. Das Ziel zerstören. Wir haben sie over. Oh nein, oh nein. Verpisst dich, verpisst dich! Scheiße! Ich hasse es, ich hasse es so hart. Janis ist hinten drin im Camperhaus. Achso. Oder da drin. Nein, da ist er nicht. Die Bombe wurden de Placid. Die Bombe wurden de Placid. Nein! Zauber. Danke. Hä, deine Sem... Meine Semtex hat dich nicht mehr gekillt. Der defused. Von unten oder von wo war das? What the shit. Wie ich den nicht gesehen hab. Suchend um zerstören. Naja. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Vor der Delfing unterwegs. Aufklärungsdrohne online. Als zerstören der feindliche Aufklärungsdrohne. Konter hat so ne Konterdrohne. Als ob die noch beide hinten sind. Ja, du hast mir grad mein Leben gerettet. Was war die fliegt? Das ist sollen. Dass der Stunnen. 1 Stunden. Ja, sicherlich. Weißt du, wie weit weg die war? Ja. Weiß. Hä? Wir haben die Bombe! Das war nü-lol Alter, war ein sehr schnelle Runde gegen mal sein Wo war denn der, alter? Oh mein Gott, sag mal tschüss, dann bis zum nächsten Mal Tschau!